Hier werden wir Zeuge eines versuchten Raubüberfalls eines Elektrogeschäfts. Doch dieser Dieb hat seine Rechnung ohne die Shopbesitzerin gemacht. Diese verlässt in aller Ruhe den Laden und bittet auch ihre Kunden es ihr gleich zu tun. Kurz darauf schließt sie den Laden einfach ab und fängt den Straftäter. Danach folgen Bilder, die wir einfach mal für sich sprechen lassen. Unzählige Male versucht der Mann die Ladentür aufzubekommen. Doch auch betteln konnte ihm hier nicht weiterhelfen. Als die Polizei eintrifft bleibt dem Mann nichts anderes übrig als die Hände hochzunehmen und sich auf den Boden zu legen. Get your hands up! On the ground! On the ground! On the ground! On the ground! All the way down!